Hallo meine Süße, wie schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch schon die ganze Woche auf unser Date. Du hast vollkommen recht. Warum soll der Valentinstag nur von Verliebten gefeiert werden? Man kann ihn doch auch mit Menschen verbringen, die man unglaublich lieb hat, so wie wir uns beide. Und deswegen dachte ich, machen wir uns einen wunderschönen Tag zusammen. Mit ein paar Naschereien und ein paar schönen Dingen, die ich mir überlegt habe. Du hast auch so eine süße Bonbox bei dir, schau mal. Extra ein paar mehr, weil ich doch weiß, was du für einen Zuckerbeuchel bist. Möchtest du auch ein wenig Limonade? Ja? Das ist Ramone. Kennst du die schon? Die Sorte habe ich noch nie probiert. Jetzt müssen wir DRUGERINGEURGELAMENDEN. Jetzt tun wir das. Jetzt müssen wir zwei. ZIRRGERINGEUR WAHRER SWISS TREMELMENDEUR WAUGHRER 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 Auf uns und unsere Freundschaft. Ich habe natürlich auch ein kleines Geschenk für dich. Warte, ich habe es gleich. Schau, das ist für dich als erstes diese süße kleine Tänze, die ich selber gemacht habe. Oder in einem Origami-Herz. Und dann... Schau. 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 Diese wunderschöne Kette habe ich für dich. Die sieht ein klein wenig aus wie ein Herz. Und hat so niedliche Flügel an den Seiten. Ich habe auch so eine. Und dann haben wir quasi Best-Friends-Ketten. Die selben, die uns immer an den anderen erinnern werden. Gefällt sie dir? Ja. Ja, ich finde sie auch so, so schön. Was richtig Besonderes. Möchtest du? Ja. Okay. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. 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 gern haben. Und das können wir dann immer bei uns tragen und uns daran erinnern, dass es da draußen jemanden gibt, der uns total gern hat. Das ist auch gut, wenn es einmal nicht so gut geht. Ja, das ist eine schöne Idee, oder? Okay, legen wir los. Aber vorher brauchen wir noch ein paar Snacks, oder? Und ich dachte an Popcorn. Am Wahlendienstag muss es unbedingt was Süßes sein. Aber die kleben ein wenig fest. Für dich. So. Und für mich auch noch ein paar. So. Ich stelle mir jetzt mal hier an die Seite. Okay, dann legen wir los. Eine Schere. Ein Popcorn. Und hier das Papier für unsere Herzen. Bitte schön. Du weißt nicht, wie man das optimale Herz ausschneiden kann. Ich zeig's dir. Schau, wir falten das. Das macht nichts, dass am Ende da ein Knick drin ist. Und dann können wir entweder gleich losschneiden oder erst mal vorzeichnen. Ich mach's mal mit vorzeichnen, damit du siehst, was ich meine. Am besten einen Stift, der nicht so sehr auffällt, wenn man's ausschneidet. Schau, pink. Und dann malen wir jetzt ein halbes Herz auf das Papier. So geht's los, schau. Und hier unten an der Ecke. Da ist die Spitze vom Herz. Und jetzt schneiden wir's aus. So. Und du wirst sehen, das ist das perfekte Herz mit zwei gleichmäßigen Hälften. Tada. Probier's aus. Es ist gar nicht so schwierig. Man kann auch immer noch ein bisschen nachkorrigieren, wenn einem das hier an den Seiten noch ein bisschen eckig erscheint. Aber ich finde, das Herz ist doch ganz gut gelungen, oder? So. Dann verziere ich das jetzt jetzt. Und dafür habe ich so wunderschönes Stoff. Washi Tape. Schau mal, ist das nicht schön. Aus echter Spitze. Die kann man aufkleben. So. Natürlich auf die Vorderseite. Ich schau mal, wie wir das am besten machen können, dass es am schönsten aussieht. Oh ja, das ist, glaube ich, ganz toll. Ich mache erst mal das Klebeband ab. So. Und dann klebe ich es auf die Seite. So. Es wird wahrscheinlich ein wenig schwierig, das so rumzuführen, weil ich das so rumführe. Ja. Oh, das hält auf jeden Fall sehr gut. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass das abgeht. Nein, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du es nicht so gut hinbekommst. Gut. Darum geht es doch gar nicht. So. Schau, das ist mein Herz für dich. Und jetzt schreibe ich da ein paar. liebe Sachen drauf. Dafür nehme ich aber am besten einen Stift, der ein wenig dünner ist. Ich nehme den pinken hier. Schau mal, vielleicht gefällt dir da auch. Oder du nimmst den selben wie ich an. Kannst du dir aussuchen, wie du magst. Okay. Also. Ich nehme dich. Okay. Und jetzt schreibe ich. Ich nehme mich dazu auf. Ich nehme die Seite. Ich nehme mich dazu und mache mich dazu. So, meine erste Botschaft ist, ich hab dich lieb genauso wie du bist. Du hast auch schon eine für mich, okay? Oh, wie süß, danke. Ich freu mich wirklich sehr, dass wir uns haben. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Du bist wunderbar. Ja, wunderbar. Du hast ja sowas ähnliches. Wir kennen uns einfach so gut. Danke. Okay. Okay. Ich bin so dankbar, dass wir uns haben. Und ich hoffe, das hält so lange, bis wir ganz alt sind und wir als Omis in unseren Schaufelstüren sitzen. Forever. Best friends. Oder best friends forever. Forever. Schau mal. Und mit dem Knick hier kannst du es auch einfach falten und zum Beispiel in dein Portemonnaie oder dein Kalender tun. Bitte schön, das ist für dich. Und eine Sache habe ich noch, damit wir den anderen nach Omis sehen und vor uns haben, dachte ich, wir machen ein aktuelles Foto von uns. Und dafür habe ich meine Polaroid-Kammer mitgenommen. Okay. Mal schauen, ob alles richtig eingestellt ist. Ja. Okay. Mal schauen, ob alles richtig eingestellt ist. Eine Locati-Polaroid. Das dauert jetzt ein bisschen, bis sich das entwickelt. Du kannst es so lassen oder wenn du magst, noch ein wenig verzieren. Mit ein paar Polaroid-Stickern passend zum heutigen Tag. Welches möchtest du? Welches gefällt dir am besten? Welches gefällt dir am besten? Okay. So, das waren all meine Überraschungen für dich. Und ich hoffe, dir hat der Abend genauso gut gefallen wie mir. Aber er ist ja noch nicht vorbei und ich dachte, wir könnten ihn abschließen mit einem schönen Film. Was meinst du? Was meinst du? Hast du auch Lust? Okay. Na dann. Ab auf die Couch! Lasst gern einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gern und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Alle, die Glocke zu hilfen, doch möchtest du dich? Motivationみ�李 Yup. Vielen Dank.